Ich grüße euch aus dem Heilungsbiotop 1 Tamera in Portugal. Dies ist eine Bitte um Unterstützung an alle, die sich für unser Projekt, das Heilungsbiotop 1, interessieren, an unsere Freunde und unsere Förderer. Wir sind hier in einer herausfordernden Situation, wie wir alle durch Covid-19. Bei uns ist dieses Jahr die Gästesaison so gut wie vollkommen ausgefallen und wir sind herausgefordert, den Aufbau von Überlebensdörfern auf ganz neue Rundlagen zu stellen. Wir können nicht mehr das Ausbildungssystem fortführen, wie wir es bisher entwickelt haben, wo die Gäste zu regelmäßigen Kursen zu uns kamen. Und gleichzeitig fordert uns die Weltsituation so heraus, noch einmal ganz neu zu überdenken, welche Informationen haben wir weit genug entwickelt, um sie dann auch in die Welt geben zu können, an die Orte, wo sie dringend gebraucht werden. In diesem Sinne arbeiten wir hier alle kräftig an einem neuen Masterplan. Und jeder, der uns unterstützen kann, möge das bitte tun, damit wir ganz auf unsere Arbeit konzentriert bleiben können. Ihr wisst, dass wir am Aufbau einer Schenkökonomie sind, die wir beispielhaft setzen möchten, auch für eine Region. Und in diesem Sinn ist dies eine erste Bitte. Wir geben, was wir zu geben haben, in die Welt. Und wenn ihr uns geben könnt, nehmen wir es dankbar entgegen. Möge dieser Aufruf eure Herzen erreichen, dass ihr Lust habt, uns zu unterstützen. Wir danken schon jetzt und wir arbeiten auch an einem Modell, wo diejenigen, die uns jetzt nicht besuchen können, trotzdem dauerhaft und viel tiefer mit uns in Kontakt bleiben können. Wir freuen uns auf eine weltweite Vernetzung und Kooperation im Namen der Heilung dieser Erde und im Namen der Entwicklung von Modellen, von autarken Energiemodellen, wo wir auf die Ernährungsfrage, auf die soziale Frage, auf die Gründung von Schulen, auf alle diese Themen, auch auf das Thema Heilung, wirklich fundierte Antworten entwickeln können, die auch in der Welt dann angewendet werden können. Der Interessenkreis nach Tamera steigt gerade enorm und wir müssen jetzt alle Kräfte nutzen, um sinnvoll Antworten geben zu können auf alle die Fragen, die gerade an uns gerichtet werden. Wir danken schon jetzt allen, die uns unterstützen. Herzlichen Dank. Untertitelung des ZDF für funk, 2017